Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu Armored Brigade. Ja, ich komme hier einen, ja, lang gehackten Wunsch aus der Community nach Noah und Rheinkor. Ihr beide seid natürlich ganz recht herzlich gegrüßt an dieser Stelle und ja, besonders wenn solche zwei altgedienten Veteranen der B-Seiten-Community so euch einen Wunsch hegen, komme ich dem natürlich gerne nach. Aber falls ihr da draußen einen Wunsch habt, ein Spiel und der Meinung seid, das könnte hier super in den Kanal passen oder ihr möchtet das einfach mal kurz angespielt haben, um da mal reinzuschauen, dann könnt ihr diesen Wunsch natürlich immer äußern. In diesem Fall hat Slytherin aka Matrix Games mir einen Key zur Verfügung gestellt, sonst wäre das leider nicht möglich gewesen, ich muss einfach mal ein bisschen gucken, das Geld einfach ein bisschen zusammenzuhalten. Ich habe ganz schön viel ausgegeben, die letzte Zeit, von daher ist es umso cooler, dass Matrix Games hier mir einen Key zur Verfügung stellt. Der Gruß geht an dieser Stelle an den guten Paolo, das ist die Person, mit der ich in Kontakt stehe, von Matrix Games selbst. Jetzt, ja, eine Ansage noch, morgen ist um 18 Uhr englische Zeit, ich glaube es müsste 19 Uhr mitteleuropäische Zeit, also morgen am Montag ist es der vierte, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ich habe jetzt hier auch kein Datum irgendwo griffbereit. Da streamt Slytherin mit den Entwicklern zusammen und die sprechen mit euch über das neue DLC von Battlestar Galactica, ich weiß gerade nicht, wie das DLC heißt. Also ich finde es eigentlich ein ganz geiles Strategiespiel, vor allen Dingen, wenn man Fan der Serie ist, was ich bin, ich hatte tatsächlich überlegt, meinen Kanal damals vor über einem Jahr, jetzt knapp über einem Jahr, mit Battlestar zu starten, habe mich dann aber doch für Gravity entschieden. Aber vielleicht wird es das auch nochmal auf dem Kanal geben, in Form von ein paar Folgen. Des Weiteren werden die über den Release des neuen Close Combat Titels sprechen, das ist ja auch eine altehrwürdige Strategieserie und zwar heißt der kommende Titel The Bloody First, wenn ich mich recht entsinne. Also das wird auf jeden Fall auch spannend und es wird ein neuer Strategietitel angekündigt. Da bin ich sehr gespannt, denn ich weiß auch nicht, was das für ein Spiel ist. So, aber zurück zu Armut Brigade. Ihr hört, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen und eigentlich gehöre ich auch noch ins Bett, würde ich sagen. Aber ich möchte einerseits meinen Jungs hier diesen Wunsch erfüllen und ja, ich bin es auch dem Paolo irgendwie schuldig, mich jetzt hier aus dem Bett zu schälen und ja, diese Folge hier für ihn aufzunehmen und vor allen Dingen auf den Stream morgen hinzuweisen. Denn Slytherin ist ein kleiner Publisher und ein absolutes Gegengewicht zu dem ganzen Kommerz, der so irgendwie unterwegs ist. Deswegen fühle ich mich dem irgendwie verbunden und das sind die einzigen, die so einem kleinen YouTuber wie mir hier fleißig Kies geben und das finde ich doch richtig geil und überhaupt nicht selbstverständlich. Von daher empfinde ich da eine Loyalität diesem kleinen Publisher gegenüber. Wir gehen auf New Game. Es gibt keine Kampagne. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Wir können einfach hier eine Mission generieren. Wir gehen hier mal auf Single Mission. Ich zocke dieses Spiel quasi blind. Ja, ich hatte einfach nicht die Kapazitäten sozusagen, mich hier gescheit vorzubereiten. Aber ich finde auch so Spiele blind anzuspielen eigentlich auch immer ganz geil, um da als Zuschauer einen Eindruck zu bekommen. Denn dann erlebt man das so ähnlich, wie man das dann selber auch erleben würde. Das finde ich eigentlich vermittelt immer einen ganz guten Eindruck. So, ich glaube wir nehmen Frontal Assault. Hier haben wir noch Cousin versus Cousin. All across Germany, Meeting. Ne, ich finde das hört sich ganz gut an. Und ich finde es auch ganz gut hier, NVA gegen die Bundeswehr. Da werde ich gleich noch was zu sagen zu meinen Erlebnissen mit NVA-Soldaten. Ich war ja in den 90ern bei der Bundeswehr. Entschuldigt bitte. Das kann noch öfters vorkommen. Dass ich mich ein wenig räuspern muss. Ja, das war recht beeindruckend, weil ich einfach mit NVA-Soldaten zusammen auch gedient habe. Und dann hat man das mal so mitbekommen, wie die Kameraden damals von der DDR-Regierung belogen wurden. Also, der Dritte Weltkrieg 1972 hat sich in einen Grabenkrieg verwandelt. Und Ostdeutschland greift jetzt den Westen an. Wir sollen unsere Pillboxes with optimal fields, ich vermute mal, Pillboxes sind so Sandkastenstellungen, hätte ich jetzt bei einer gesagt, so Sandzackstellungen. Und Minenfelder and other obstacles, so that they are overwatched. Also, dass wir eine gute Über-, nee, dass die von Maschinengewehren gut eingesehen werden können. Oh, T-34, T-85, Tanks in support. Oh, das wird ein blutiger Kampf. Dieses Szenario demonstriert Infantry-Typen, if the force type is infantry, then the AI usually advances with its infantry unit dismounted in front, and tanks follow behind, supporting the infantry. Okay, dann schauen wir mal. Ich hatte, oh man, irgendwie habe ich das Gefühl, da geht hier gerade ein ganz neuer Erkältungsherd los. Und zwar mit meiner Stimme. Naja, so sieht das aus. Wir zoomen mal raus. Aha, aha. Sittensen, Zeven, Haasfeld. Haasfeld sagt mir was. Ist das noch Westen hier, Haasfeld? Kann das sein? Und hier ist irgendwo, ist das hier die Grenze, diese rote Linie? Kann man nicht ranzoomen, doch, oder? Nee, kann man nicht ranzoomen. Ja, also wir haben eine sehr kleine Scale, auf der wir spielen. Das finde ich ein bisschen schade. Also von mir aus können wir hier die ganze Karte irgendwie nehmen. Okay. Ja, auch schade, dass es keine Kampagne gibt, ja. Also, dass so lose Kämpfe sind irgendwie, ja, weiß ich nicht. Okay, so, ähm, ich glaube F2 ist Order of Battle, wenn mir das täuscht. So, Recon. Ähm, kann man das Fenster hier bewegen? Nee. Was bist du denn? Dismounted Scout Section. Ähm, okay. Ich glaube, man kann irgendwie mit Space, ähm, ah ja, genau. In Space kann man die irgendwie platzieren. So, Recon. Orders. Retag. Pop Smoke. Unload. Load. HQ CAS. Also, ah, hier, Formation. Gucken wir mal. Ah, okay. Ähm. Ähm. The Formation Option Control, the preferred Formation Shape. The vehicle, Charity, Fold, Scan, Direction, Depends on the Formation Shape. If the units should not reorganize between waypoints, etc. Okay. Okay. For Road Marcher, the March Formation Type should be used. Regroup, moves the attached units information back to their default positions. Mm-hmm. Ähm, the spacing, plus minus, number one. Nee. Here, I mean, nee. Here? Nee. Okay. Ähm, echo long left, echo long right. Okay. Ähm, do, 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 do. Ähm, haben wir denn, was haben wir denn noch hier? Hide. Okay. Das sieht aus wie ein Wärmebild. Ähm, wir haben hier irgendwie ein Tal. Ähm. Map. Ah, ja. Das ist, das ist ja, ähm, eine unglaubliche Veränderung. Das ist ja episch jetzt hier. Okay, da lassen wir das so. Dann haben wir los, ähm, das Line of Sight wahrscheinlich. Ähm, das ist ganz cool. Ähm, das würde ich mir wünschen, wenn man eine Einheit anwählt. Aber das sieht man da nicht mehr. Mark, was ist das da? Right, click to change. Ah, ja. Okay, da kann man, ähm, das ist ein Zeichentool sozusagen. Und ISO ist, ööö. Ja, ich weiß nicht, also, wie ich das jetzt kommentieren soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ähm, sieht ein bisschen nach 90er Jahre Technologie aus. Okay, ähm, was haben wir denn hier noch? Info, Terra, Info, Pop-Up. Ähm, aha. Pop-Up-Off, ja, aber da poppt doch gar nichts ab. Okay, und was ist das da? Counter Lines, oh. Okay. Okay. Trap, Build, Build, ah, Minefields, Anti-Tank, okay. Dann wollen wir jetzt mal überlegen hier, ähm, kann man denn nicht noch irgendwie, was ist das hier? Das ist, glaube ich, hier für Artillerie, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, mir fällt es tatsächlich schwer. Mir hier einen Überblick, ah, jetzt, jetzt poppt hier was ab. Okay. Ähm, mir fällt es schwer, mir hier einen Überblick über die Karte zu verschaffen. Das hilft da leider gar nicht. Ein bisschen vielleicht. Ähm, kann man hier jetzt auch Line-of-Side, ne. Wir gucken mal. Wir checken hier mal die Sichtlinien. Ah ja, guck mal, das ist ganz gut hier. Ah, okay, 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 okay. Guck mal, das ist ganz gut hier. Und, ähm, sind die denn einge... Ah, ja, ja, okay. Hup. Das heißt, ähm... Ähm... Ne, das ist das HQ, das wollte ich gar nicht, warte mal. Dich wollte ich auswählen. Und zwar Formation, March, Regroup, Space... Ah, hier ist das Plus Minus Space hin. Okay, Column, Line. So. Und dann machen wir das so hier. So. Von hier aus können wir so weit sehen. Durch die Bäume hier durch, oder was? Forest. Das ist doch Quatsch, oder? Ah ja, hier ist so ein Hügel. So, diese Combo ist gar nicht so schlecht. Guck mal, hier haben wir einen Hügel. Brauchen wir da oben, brauchen wir auf jeden Fall MG-Stellungen hier. Ähm... Hier haben wir noch einen Hügel. Es ist schon ein bisschen suboptimal, finde ich. Da können wir, glaube ich, nicht aufstellen. Da können wir nur Scout-Einheiten hier aufstellen. Ah, schau mal. Okay. Okay. Also, das bedeutet... Ähm... 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 So, kann ich dich jetzt hier einzeln? Ja. Aber eigentlich wäre das nicht geil, wenn wir das HQ auch so ein bisschen auf einer Overwatch-Position haben. Guck mal hier. Ich glaube, die dienen nämlich als... Als Spotter auch, ne? Genauso hier. Nee, das war ein kalter. Hier, da müssen wir es hinsetzen. Hier so. Gibt es da einen Shortcut für irgendwer? Ähm... So. Nein, entschuldigt bitte, dass ich mich hier die ganze Zeit so räusperne. Geht mir selber tierisch auf die Nerven. Jetzt haben wir hier die... Welche Kompanie ist denn das hier? Haben die auch einen Namen, oder... Ich gucke mal kurz mal hier... Ähm... Infanterie... C, D, E, F... A, B... Das hat... Das ist nicht der Einheitenname, ne? Das ist irgendein... Einfach irgendein beliebiger Name, quasi. Also es hat jetzt nichts mit... Äh... Bataillon, Kompanie, oder so, ne? Das ist einfach... Durchnummeriert, in Anführungsstrichen, ne? Mechanized. Einmal LPCs. Wir haben keine Panzer. Wir haben Support. Karl-Gustav-Team. Moin, Karl. Grüß dich. Ah ja, das ist, ähm... Das sind, ähm... Panzerabwehr-Teams. Karl-Gustav. Und dann haben wir noch, ähm... Schwere Mörser. Okay. Ah ja. Ah ja, die sind auch eingegraben, die Fahrzeuge. Okay. Macht das dann nicht Sinn, äh... Die... Die... Die APCs, ähm... Auf die Hügel zu stellen, oder ist das irgendwie dämlich? Die sind dann halt auch ein leichtes Ziel, oder? Ich hab mal hier, das ist ganz gut hier. Hier graben wir die APCs ein. Ja, hier so, in so einer Eklon... Was ist das dann? Eklon-Wright-Formation, ne? Ne, left. Ach so. Äh, ne, doch nicht. Habe ich doch recht. Eklon-Wright. Zack. So. Boah, es ist, ähm... Ja, es ist mühselig, ne? Warte mal, wir können ja hier jetzt... Spacing machen wir mal größer. Aha, da sparen wir uns ein bisschen Arbeit. So. Das ist alles hier. Also wir brauchen auf jeden Fall hier hinten... Ah ja. Also. Zack. Zack. Es ist mühselig. Und jetzt ist es doch nicht so geil, wie ich dachte. Mal ein bisschen weiter vor noch, ne? Naja, okay. Und hier noch einen. So. Zack. Okay, zack. Okay, zack. So. Es wäre geil, wenn einfach die Einheit immer... Also wenn die Line of Sight auf eine Einheit bezogen wäre und nicht auf einen Punkt. Oder geht das auch irgendwie... Jetzt wird es nämlich hier so grün. Schau mal. Nee, geht nicht. Ähm... Warum ist es jetzt rot? Weil der zu weit von seinem Sheriff entfernt ist, oder was? Ähm... 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 Also wir machen das einfach mal jetzt hier so ein bisschen... Bisschen tief gestaffelte Verteidigung sozusagen. Okay, ähm... Okay, ähm... Ich glaube jetzt... Dann... Weil... Weil das, glaube ich, jetzt irgendwie losgelöst ist, ne? Kann das sein? So, mach du mal... Geh du mal da hin, so. Na, da ist jetzt... Die sind jetzt irgendwie aus der Formation rausgelöst. Und ich glaube, dann kann man Regroup machen. Muss sein. Naja, wir lassen das mal so. Okay. Und was ist das? Ah! Okay. Das ist natürlich, ähm... Extrem cool. So, zack. Die Pillboxes. Kann ich die denn jetzt bemannen dann auch, ja? So. Guck mal. Und dann... Das geht nicht. Ja, bitte. Warte mal. So. So. Kann ich dich jetzt hier... Ne. Die sind schon bemannt. Äh. Nice, nice, nice. Ähm... Die Pillboxes. So. Das ist ein bisschen... Ähm... Fummelnarbeit. So. Mal hier noch... So, mal da mal ein Hinsetzen. So. So. Das ist ein bisschen... Ja. Okay, hör mal. Hier noch mal gucken. So. Das ist so. das ist auch eher suboptimal hier aufgestellt mal wird da hinten haben wir eine bessere sicht hier senior pillboxes so ist übrigens leertaste drücken hier um die zu setzen so jetzt sind die im wasser dabei doch okay so dann haben wir hier noch ganz ganz wichtig unsere anti tank einheit das ist eine sicht mal die heiz aus wenn man auch hier sowas wie gebäude und sonne die bleiben aber jetzt mal im wald so so was haben wir noch die lassen wir mal hier hinten das sollte ja so ein bisschen wurst sein wo die sind ich will es jetzt mal so lassen ich weiß nicht was mich hier erwartet trap das heißt track right click to change haben wir ja nicht bild mein vieles das ist ich würde einmal hier right click to change anti tank war ja interessant mein vieles ich mache jetzt mal so also ich kann nur im eigenen gebiet ja da macht es ja eigentlich eher sinn mich auch hier weiter also das dann irgendwie so zu machen ich würde halt gerne ein bisschen höher verteidigen also also dann dann eher so also ich finde es wirklich schwierig hier einen überblick zu behalten also das ja ich weiß nicht also so höhen darstellung das muss ich immer immer sichtbar haben kann ich sein dass ich hier auf so ein wärmebild modus hier irgendwie umschalten muss das gefällt mir nicht gut dann machen wir jetzt das minenfeld und so ist es okay zu change Ja, okay, dann machen wir das irgendwie so. Okay, machen wir nicht. Ach, man hat echt auch gar nicht so viele Minen, ne? Äh, haben sie aber hier jetzt noch was. Zack. Dann haben wir es. Anti-Tank. Ach, das sind Personenminen, oder wie? So, okay, warte mal. So, wir werden sehen. Das sind, glaube ich, Erfahrungswerte, die man jetzt hier sammeln muss. Oh, was ist da vorher an mir? Okay. Also erstmal finde ich es ganz interessant hier, so mit diesem Stacheldraht und so. Hat das im Sinn so dicht davor irgendwie? Ich weiß es nicht. Okay, dann machen wir Start. Geht los. Es geht los. Und ich würde aber sagen, das Gefecht machen wir dann in der nächsten Folge. Oh, wir haben hier direkt einen Kontakt. Ich hoffe, ja, es hat euch soweit gefallen und ich hoffe, meine Stimme war hier nicht zu störend. Ich bin der Bass, ich bin der raus und dann schauen wir mal, was es hier in der nächsten Runde gibt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020